Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11387 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Als Influencerin hat Emily die Verantwortung, ihre Plattform für positive Botschaften zu nutzen. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Die Musik ist viel zu laut. Wo kann ich sie leiser stellen? Die Musik ist viel zu laut. Wo kann ich sie leiser stellen? Alles, was ich tue, beginnt mit meinen Gedanken. Erholung bedeutet nicht zwangsläufig in Aktivität. Auch körperliche Aktivität kann belebend wirken. Auch körperliche Aktivität kann belebend wirken. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Wann hast du das letzte Mal Tischtennis gespielt? Kannst du dich daran erinnern? Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank. Vielen Dank.